Frank Gordam England ist ein britischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent. Karriere Frank Gordam erfand die in Großbritannien äußerst erfolgreichen Fernsehserien Auf Wiedersehen, Pet und Masterchef. Eine vielfach kopierte Koch-Gameshow der BBC. Er war Werbetexter, bevor er an die London Film School ging. Sein erster Kurzfilm, Birthday, wurde für den BAFTA Award nominiert. Filmografie 1979 1979 Quadrofinja 1983 Verflucht sei, was stark macht 1985 Die Braut 1987 Aria 1991 K2 Das letzte Abenteuer TV-Produktionen 1990 bis 2001 Masterchef 2005 Masterchef Goslatsch 1998 1998 Moby Dick 1999 Kleopatra 2002 bis 2004 Auf Wiedersehen, Pet Auszeichnungen Rodham erhielt bisher drei wichtige Nominierungen, 1970, britischer Filmpreis für Rea, Birthday, 1987, goldene Palme des Cannes Film Festival für Aria, 1998, Emmy für Rea, Moby Dick, Weblink, Frank Rodham in der Internet Movie Database. Kimmack in der מא�, contributor to Guten qualités も dies! Kemmer, k3 Coelan, bigoy, Walker, jren relationships Exactly! D этих, links geht. Moby Dick, Refer Time appears noch mal early. D NOT assez aufgerimentate double nuit? H Owcho's name Luego, fe aider John Mc happenedometer 1st,